So, das habe ich gerade wieder fleißig erzählt, hatte mich voll aus, aber egal, ähm, ey, nur für Mitarbeiter ließen niemand das Schild, äh, sorry, wir sind einfach den Federnachgang, äh, wenn ihr schon mal hier unten seid, könnt ihr mir auch einen Gefallen tun. Ähm, ihr seid nicht die einzigen Eindringlinge heute, ähm, schafft mir diese Kartenkreaturen im Generatorraum vom Hals, ähm, dann gibt es eine Belohnung, ähm, wir arbeiten grundsätzlich nur gegen Pages im Voraus, äh, ich habe keinen Pages, aber ihr könnt ein paar Casino-Gewinnmarken haben, ähm, wenn ihr die Kreaturen platt macht, wie sieht's aus? Mh, wir helfen, aber sonderlich sicher sieht es da doch nicht aus. Oh ja, mh, ich hätte den Riesenlaser wählen sollen, auf dem müsst ihr aufpassen, ich mache euch mal die Tür auf. Riesenlaser? What? Was macht der? Ich glaube, der verfolgt uns wieder, kann das sein? Oh, wir hören die ganze Zeit ein Geheimnis. Oh, was kommt dann? Oh, was kommt dann? Oh, was kommt dann? Ist es jetzt weg? Wir hängen gehen? aber das geräusch ist weg das ist doch doof der rutsch ist doch jedes mal runter der rutsch ist doch jedes mal runter auch eine noch er hat nur mehr ich bin bei mir ein paar Schritte hier ist war er wieder rutsch mann mann blöd wird und sowas hier irgendwo vielleicht den knopf aktivieren ich jetzt mal essen und dafür lieber einfach warten bis das fall ist würde ich nicht auch so besiegen finde das geht viel einfacher man besiegt ist besiegt gerade noch rechtzeitig der boss wollte schon einen riesigen toilettenpapierhalter aussuchen wir machen hört sich noch schmutzige arbeitern ihr habt ihr habt ja eure gewinnwagen kümmert euch jetzt um die probleme anderer noch mal fünf wir haben bestimmt jetzt hier dann wieder welche und wir haben unsere abenteuerung gesehen in diesem dieser welt und ihren kessel wieder was und aus der richtung da oben drauf ist auch nicht ja komm du blödes laservieh da wollte ich nicht hin na gut na gut jetzt gucken wir mal ob wir hier irgendwie hochkommen es fehlt nur ein lebenteil und ein hungriger hugo aber wie geht es denn da hoch ja 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 ich höre es doch jetzt nirgendsuch also wir wollen doch zum helikopter werden so gut dann werden wir das mal schnell machen so gut dann werden wir das mal schnell machen so gut dann gehen wir weg so gut dann gehen wir nach oben so äh ach so da fliegen wir mal die erste bahn ab hier würde ich sagen ja ich höre es ja ich höre es ja ich höre es ja oh wenn wir hier dagegen fliegen fliegen wir gleich mal rum ja wir fliegen aber erstmal unten lang das ist nur der raum wo wir schon drinnen wollen hier gibt es nicht mehr fehler es scheint ja wirklich ganz in der nähe zu sein ja 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 komm gib mir die fehler wenn wir schon hier sind wir nicht die fehler haben so da ist keine mehr also einen stockwerk mehr wenigstens die fehler mitnehmen uah halt so dankeschön dankeschön so was sollt ihr denn so dankeschön so dankeschön dankeschön habe ich gesagt so und jetzt noch eins höher gucken wir uns mal hier um und von den idioten gibt es ja genug so 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 Lüge bei Geheimnisse seien da auch mal wenn ich das extra Leben noch ausgerüstet wurden aber auf jeden Fall schon gemacht was würden denn da die ganze Zeit alle besiegen oder so muss man auch einfach nicht mehr kann man einfach nicht machen wir sind schon wieder neu hier aber unsere Abenteuerin ist gar nicht hier mag die wohl sein ne gut wir fliegen mal noch eine kleine Wunde ob wir noch was sehen ansonsten würde ich mich schon mal ganz in Richtung letzte Welt machen wir sind nicht immer ein Geheimnis sein wir haben heute den Hungerbärk noch nicht gefunden einen hungrigen Hugo irgendwas ne hm das Spiel haben wir schon gemacht das hier unten haben wir gemacht haben wir auch gemacht da waren wir auch drin hier oben waren wir auch schon ja ich wüsste jetzt nicht wo der letzte sein könnte außer halt da irgendwo hier ist noch so ein Haufen Platz ne mir die Scheibe auch so kaputt nö da werde ich natürlich nicht kaputt aber wir können einfach hier reinfliegen wer da ist bringt uns nur nichts wo gibt's denn hier irgendwas was ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wo wir noch gucken könnten da würde ich mich auf jeden Fall mal zum Ausgang begeben dann müssen wir uns noch holen ja dezenten 10 Pages abholen wir uns fehlen halt auch wie gesagt auf jeden Fall noch Münzen wenn alle Fähigkeiten haben wir ja eigentlich so weiter da wird das schon gemacht bleibt der PC fehlt ja äh die Münze die da tun da war da eine Münze drunter aber auch nicht ich werde mal gucken wir müssen mal reinfliegen hier noch was war ne 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 mir fällt jetzt so spontan auch nichts mehr ein außer der für die Schweine ne ne automatisch kaputt wird guck mal ganz kurz hin da ist auch nichts mehr drin ich weiß auch nicht mehr was passiert war wenn wir hier unsere Attacke ausgeführt haben es ging einfach nur nach oben oder was sind wir müssen ja stehen bleiben wo ist der Ausgang hier ist die Mitte müsste der Ausgang ja links sein irgendwo ja ich weiß das ja irgendwo was ist Mann aber ich weiß nicht wo äh Rextor hat man auf dem Fall schon gemacht ja ja komm na gut ihih du siehst mich nicht so hat mich doch gesehen ja und 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 dann würde ich sagen alter jetzt hätte ich doch echt fast die jetzt hätte ich vergessen so unseren Casino Coins abzugeben alter Schwede uiih hihuhuhu hey bankhalter wir haben genug gewinnen morgen ist das nicht super uiih jaja äh mein herrn alle Neuigkeiten ein Geil da regnet es geht er kommt der Falle ein Päckchen Zeit und es ist nur all dass sie nur 33 mit 38 haben das Level aufgemacht wir sind schon wieder bei 33 und können uns definitiv noch nicht holen ich weiß ja noch ein paar aber die Höhle uns erstens nötig wird und sonst noch ganz zum Schluss um Verwasser mit Päckchen Zeit gekriegt der Musiker ganz 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 fix nachschauen ich weiß sie können die Maus sehen Päckchen Zeit haben 75 Päckchen ist geil insgesamt schon 75 Päckchen ist gesammelt und wir können noch hier wir sind anschauen um 81 und 145 gibt es krass älter ja okay um mal gucken vielleicht machen wir 100 Prozent noch aber uns fehlt ja doch schon noch ein bisschen was und gerade die Federn die einzelnen wenn wir irgendwo einen liegen lassen haben da sucht man sich tot so wir sind und wir sind und wir sind und wir sind uns ja noch gar nicht angeschaut hier jetzt ja irgendwo hoch ich finde es so geil dass selbst die Hauptwelt so riesig ist ne Eier Eier ein Auge Eier 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 was für die Meldung um nur was gibt es in ihr schönes Prozent und kasselndl geht es auch noch weiter was haben wir hier Tudor geschrieben von unserem um Kapital B Ua ich gehe weiter hoch erst mal ähm zack ähm zack ähm ok, das bringt uns so nicht ich muss auf den Lampen stellen haben wir hier hoch so, danke schön ok, wir sind auf jeden Fall schon voll das ist auch nice, oh ok, ich dachte zu müssen irgendwo von Kanonkugeln finden gut, das war es kein sonderliches Hintergrund über die Wahl die Suppe und das aber zum Buch man sich natürlich drauf stellen kann wenn man möchte hat keine Zeit zum Lesen, lieber Kapital B mach die Richter-Tacke äh, ua ähm, 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 aber ich weiß, was die Bücher sind ich weiß, was die Bücher sind ich weiß, was die Bücher sind ich hab da eine Idee ich bin auch gut, dass hier ein passendes Buch unter Luft, äh, im Wasser rumschwebt wo gleich ein Pfeil drauf ist das ist ein guter Zufall äh, der macht auf jeden Fall Sinn ähm, was wird gerne die Grafik hochstellen das ist bestimmt noch viel cooler aus aber das geht leider nicht das geht leider nicht oh, ganz ehrlich, freue mich aufs DLC ich bin jetzt äh, normalerweise kein DLC-Freund aber bei diesem Spiel hier was ja nur, ähm äh, finanziert wurde aber mit über 2 Millionen Pfund wenn ich das noch richtig im Kopf habe da bin ich ehrlich gesagt sogar dafür mal schnell jetzt, zack jetzt sind wir hier oben und jetzt so hier ein paar Freunde ah, komm haben wir bloß ein Kostüm an? Wunder bloß ein Kostüm an, oder? hehehe, cool ja, komm komm ab jetzt so, das geht's auf jeden Fall rein jetzt haben wir natürlich schon realisiert damit wir nochmal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo wollen ich muss unbedingt gucken, ob es hinten weitergeht aber wir gehen erstmal rein weil du hast uns gehabt mir und schon kann auch machen m falsche Seite n 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 Und jetzt? Ist das ein Hinweis irgendwo? Ja, das ist richtig. Das ist falsch. Das ist auch richtig. Oder einfach mal das Buch erzählen. Falsch. 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 Richtig. Falsch. 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 Und jetzt? Richtig. Richtig. Falsch. Falsch. Das ist falsch. Das ist richtig. Will ich die zurückziehen? Das geht nicht. Ne, das geht nicht. Also der ist richtig. Der ist aber falsch. Hör ich. Hm, ja. er ist falsch er ist richtig aber der vollständigkeit halber müssen wir in der draufschieben dass das gewöhnliche also hat die die und zu und von der Beziehung und muss tun die Kommer auch gleich gekriegt das hat die Ruhe Liga nicht die Anwendung die Kalle gesperrt das ist aus uns warum auch nur wo hingehen der Fluss das Lugo von Kapital B landen mit dem Meer runterfallen Lernung hat aber schade Ich hab mich gefreut, wenn wir jetzt was hier gefunden hätten. Wo gibt's denn hier was schönes? So, dann würde ich sagen, machen wir's mal Richtung Welt 5, ne? Wow! Ja, guck mal. Ja, ja, ja. Das ist ein, äh, zu kurzem für geschehen, selbst der Morg denkt, dass ihr verlieren werdet. Ja, ja, ach, der Morg, ja, da hab ich überhaupt keine Ahnung. Ach, was? Danke. Wer brauchen wir noch? Wir brauchen noch voll. Dankeschön. Danke. Ich will sogar noch, wie wir den Fiskum noch eine Page kriegen, und zwar ganz am Anfang. Nur der Attacke aus der ersten Welt. Wenn wir da gerade so ein... Ja, die sind in den Fischermann gesehen, ne? Schnell. Ach, ja, ja, egal. Aber die sind so nervig. Mal komm her. Mal wenn's geht nicht so, dass ich in die Suppe springen muss. Ach, ja, kommt grad. Ach, ja, kommt grad. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben die Fähigkeit mit dem Fliegen, aber wo geht's lang? Wir können aufs Schild gucken. Wir können aufs Schild gucken. Wir können aufs Schild gucken. Wir können nicht aufs Schild gucken. Wir können nicht aufs Schild gucken. Hier hinten, ne, hier geht's auf keinen Fall lang. Wir sind halt nicht sicher, wo... Ach, wir können einfach denn jetzt fliegen. Wir können eine ganze Weile fliegen, hier. Ich komm mal nach Essen. So, genau. Und zack. So, genau.